hallo leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von youtube live mit der mrs s mrs b und ja was ist bei mir aus der abonnenten so toll aus so wir sind bei uns so aus ok ok ich will für so gut so das lange warte hallo mein name ist der was langsam bell und ich rufe wegen der bank an gelegenheit an wir werden ihnen ein gerne unsere verbrauchte karte anbieten damit sie tausende rabatte bekommst wie zum beispiel 2 zu 1 angebot in der kiwi mark oder rabatt für ein scheiße ablehnen scheiße ich habe gedacke will coole sache nur für mich aber nicht scheiße so was will erst mal machen 5 prozent verloren so wie sieht es aus schlafen aber stelle zwei mal so was ist mir okay und dann machen wir neue spiele boah ich habe auf pc ok ja machen wir das gameplay ey jo pc wunderbar normal auflösung super äh das nein äh das auch nicht weiter gehts so was nehmen wir die gameplay weg so kalt kall auf juli geile mo also nicht geile was nehmen wie ich bin ich nicht das scheiß ähm boah das ist so tricky leck im jahr ähm also ich würde mir interessieren unglaubliche krieg aber das muss ja groß sein das krieg so unglaublich ja nehm ich so kohle begrüßung kohle begrüßung kohle begrüßung ja und ich würde sie bitten das nehmen wir und verdoppelte jo intelligent da muss ich das rein dann ach scheiße ich habe keine dann mache ich das äh jesus äh scheiße gar so du hast 20 kill gemacht bevor du getötet wirst äh feierlicher schrei okay singenden kommentar ratschel ratschel an dem so ajo und das nehmen ajo noch mehr punkte wieder nicht leucht weiter und jetzt wir müssen den dann bearbeiten das würde wunderbar passen ähm pack 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 machen machen so und dann so ne machen wir lieber so das würde lieber so passen und machen wir so so sieht gut aus jetzt also was hier fehlt dann machen wir diese dinge und noch eine kann wir machen aber gehen wir auf titel so und wir arbeiten 61 prozent interesse nice so zack 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 sieht gut aus hochladen natürlich und wir brauchen jetzt Geld Reparatur genau bevor das fertig ist gehen wir zu arbeitchen und sie so so was will ich sagen ähm yo schlagen schlagen Und entscheidend gibt wurde war letzte letzte Tagen Ich habe gehört dass du richtig cool der spieler hast Ja Ich will nicht ein Kino einleiten Leck mich aber Nein danke Ja Alle kommen zu mir Party 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 Und arbeiten muss ich auch So Ähm Es wurde update und sollte paar Welche war Schwierigkeiten Also nicht Schwierigkeiten Nur wirklich diese welche welche war Bugs Wurde behebt Und Zum Beispiel Kontakliste Weil bei mir war Kontakliste hat gebacken Ohne Scheiß Und jetzt sieht es normal okay aus Aber wenn gehe ich hier Es ist alles so wie es sollte Ich sehe jeden Freund Und So Ja Ja Und Und Ich glaube noch zwei englische Sachen Weiß ich nicht mehr Musst ihr ja lesen unten bei Neuigkeiten Wenn ihr habt ihr auf dem Steam Da steht immer Ich habe das behebt Gott sei dank Okay Es reicht mit Schad Äh Ich bin verarschen Bewerten 50 Euro Ne Mach ich nicht Diesmal nicht So Was machen wir Essen wir Hallo Hallo Was Was geht Ich bin Äh Okay Wieso kommst du die ganze Zeit zum anderen Scheiß Essen Kaufen Okay Noch mal essen Ratsch Trinken Schluckchen Gut Ah okay Ah 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 ja stimmt Mein Geld wurde schon weg Genau Okay Nice Finde ich geil So also haben wir noch 100 Euro Ich glaube gehe ich kurz einkaufen Sich zu schauen So gehen wir zum PC Weil ich will mir Oh Boah Geile Computer Neue Computer Geil Oh Scheiße Neue Video Werbe Äh Du bist auf Internet Du bist auf Internet Der geht Warum das Video machen Besser So was ignorieren Äh Jupp Nein Alter Ich hasse Willst du dich unterhalten Alter nein Will ich nicht Ich will was kaufen 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 Monitor Reinhauen Maus Okay Das ist schon 100 Leute Eher Monitor Webcam Wow Ey Übertreibt So Mikro Was ich wollte unbedingt Kaufen Ist auch noch ein Programm Genau Kaufen Zack 5 Dollar Geil Haben wir ein bisschen zu viel Alter Hallo ich bin der Grenzfilm Ich soll dein Bild Sehen Kann ich Reinkommen Ach du Ah Geld verloren Aber Ich Sowieso Einladen zu den Veranstaltungen Okay Äh Okay Willst du Alter Jeder will wirklich Scheiße von mir Langsam habe ich keinen Bock Ich mache ein Video gleich Alter Hallo ich bin der Nachbar Und da Ich Der Spiel Nein Mir Fick dich Ganz ehrlich Ihr Geht Werfen auf den Piss Ich will aufnehmen Spiele Einladen Ja Geht Genau Wieder Der Aus Es ist ein bisschen gesungen Aber machen wir trotzdem weiter So Was Nein Ich will Geht Lecker Ne Äh Alter 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 Ich Geh mir auf den Piss Alter Moment So Ich habe mir Also Das Okay 25 Das Passt Filter Na Okay Also ja Call of Duty Kurz Kurz Schnell Tod Kurz Und Schnell Tod Kurz Kurz Warte mal Ich weiß nicht Ob er Richtig Aber Mal Ja Mach mir so Zeig Zeit Bevor Du Spiel Start Lust Du hast eine versteckte Eine Schnell Schnell Entschlack Wofür Seel Kommentar so und nächste das muss mir auch mal wunderbar und weiter geht's so das und das ist also eventuell ich muss das machen hier das macht nee ist kacke unten muss das nach vorne sein so so ja keine wahl ich muss das nehmen so was haben wir hier so nicht schlecht okay ein bisschen weniger aber es ist besser ich muss glaube ich bald jede verdammte konsole kaufen so was machen wir was machen okay ich bin aber ich bin in der zukunft okay herausforder habe ich geschafft so Oh! Ey, was? Hier stehen alle. Ja, das bringt's. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich will sie gerne kommen, die wir, zehnmalige, drei, drei, drei. Das will man nur, das wäre so gut. Okay, auf Playstation. Okay, das bin ich nicht mehr. Okay. Und es ist schon wieder ein Bug. Nächstes, dass alle stillen. So, ist jemand... Ah, die ist auch da. Ja. Na, schau. Sehr gut. Schön. Nein, gar nicht. Schau. Blablabla. Blablabla. Oh, wie süß. Oh, oh. Schön. Schön. Auf jeden. Ja... Blablabla. 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 So. Blablabla. 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 Ein anderer. Nein! Scheiße! so nächstes ich pumpe mir doppelt du schummelst lustig ach scheiße ist 4 so scheiße ne scheiße ist noch verkackt oh und für letztes reicht mir ja nicht super ok zu Hause werde ich bearbeiten so blablabla die hat auch das piercing ich hab gedacht das sind auch Bugs ne das Orang das piercing ok so also ich geh schon heim Landwarn Protokolling ja 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 so oh ja oh so die 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 Und das war's Leute, ich werde sagen, das war's und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.